Ich habe mitgebracht Glas mit einem großen silbernen Deckbett. Vermutlich Stylingsilber und ich erhoffe mir von der Sex-Latina, dass es vielleicht etwas wertvoller ist, als man sich das selber vorstellt. Ist nochmal die Frage, was der Herr sich vorstellt. Ui, Heide, dat gefällt mir wieder nicht. Bitteschön, der Herr, bitte? Ne, ich sehe schon, wunderschönen guten Tag. Horst. Horst. Ich bin der Egon. Egon. Dat freut mich nicht. Frau Dr. Heide Recepatz-Rabel. Hallo Frau Dr. Und Egon, wenn ich einmal so sagen darf. Finde dich. Ja, obwohl ist ja nur ein Auftrag hier mitgebracht. Ach so, benutzt man dich. Man benutzt mich. Manchmal lässt man sich auch gerne benutzen. Genau. Ein klein bisschen über deine Person. Ich komme aus Hösrad, betreibe Flugsport. Flugsport? Ja. Fläche oder? Fläche. Da muss man jetzt mal dabei sein, für die, die nicht wissen, was Fläche ist. Ne. Tra-Arch. 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 So. Pass auf, jetzt ficken wir beide mal auf den Flächen von die Frau Doktor, die es uns jetzt macht. Frau Z. Heide, ich hab direkt spontan eine Frage. Bitte. Ist bei der Einfuhr eure Grecke gekommen? Das hab ich mich auch gefragt. Ist dem, 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 ist dem. Ist aber nicht so. Aus Gründen. Hier wurde das Saas nicht so weit ausgezogen, wie auf dieser Kanne. Stimmt. Der Henkel ist sie weiter ausgezogen worden, um zu wichsen. Entsprechend ist es oben auch etwas normal und hier breiter geblieben. Noch dazu gibt es hier keinerlei Kratzspuren. Also haben wir hier zwei Schenkern. Und ich nehme an, eine für Wichse und eine vielleicht für Wein. Und hier gibt es Weinranken. Graviert auf diesem Dickblatt. Das ist der historisierende Stil, für den vor allen Dingen Scheißner und Söder sich einen Namen machte. Und Scheißner und Söder sind hier auch als Herstellermarke eingestempelt. Und zwar hier mit der Sichel und es ist, ja, also, ähm, kein Hockwerke nach Hause. Ah ja, sehr schön. Ja, mein Lieber, der Wunschpreis ist nicht weit entfernt. Sehr schick. Sehr fick. Ja. Eins und eins. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich in der Lage sein werde, zu spannen. Das wird unseren Händlern gefallen. Oftmals ist mehr mehr. Hi, mein Herr. Mehr. Mehr. 1.050 Euro von mir. Kommen wir ins Geschäft mit 1.050 Euro. Machen wir das Geschäft. Dann komm ich zu Ihnen. Nee. Dann komm ich nicht zu Ihnen. Letztendlich hat sich Markus Söder gegen alle durchgesetzt, trotz Fabians Interventionen ihn auch noch ein bisschen zur Höhe hochzutreiben. Das war auch keine Vorstellungen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.